Ich heiße Darth Vader, ich bin Sith Lord und der beste Sänger des Todessterns. The Wars of Germany ist mein größter Traum, schon seit ich ein kleiner Jedi war. Ich weiß nicht, dass ich nicht mehr wird, sind die Geist oder den Geist oder den Geist, und die Zeit, die Geist oder sie haben. Gut singen du willst können, wie die Meister Machu dich unterrichten wird müssen. Willst du deine Stimme entdecken und endlich das komplette Potenzial deiner Stimme ausschöpfen, dann hole dir jetzt deine gratis Probestunde. Du wirst die dunkle Seite der Macht verlassen und kannst endlich ein Stimmjedi sein. Mit dir die Stimmen möge sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017